Ja Freunde, der totalen Sonnenfinstern ist. Manchmal gibt es Themen, über die können wir einfach nicht lachen und das ist eines dieser Themen. Der inzwischen Ex-Gitarrist von Manowar, Karl Logen, wird für mindestens 25 Jahre ins Kittchen wandern. Ja Freunde, ich habe es in letzter Zeit viel zu wenig gesagt, aber ey, ich freue mich über jeden Abonnenten. Abonniert diesen Kanal, liked das Video, aktiviert die Glocke, fahrt zu Penny und holt euch eine Tüte Ahoi-Brause. Wir machen jetzt weiter, also 40 Jahre eine Band, was für ein Jubiläum, was für eine Band. Manowar existiert seit 40 geschlagenen Jahren. Ja wow, und trotzdem wird dieses Jubiläum irgendwie überschattet, überschattet von den Ereignissen, die im August 2018 begonnen haben. Der damalige Gitarrist Karl Logen wurde inhaftiert. Ihm wird sechsfacher Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Er soll diese Videos zwischen Juni und August 2018 gedownloadet haben, bekommen haben. Das konnte ich jetzt nicht so ganz ausmachen. Vielleicht wurde es auch gar nicht nach außen kommuniziert, wie er an die kinderpornografischen Materialien rangekommen sein soll. Mutmaßlich alles erstmal, ne. Also er kam gegen Kaution frei, 35.000 US-Dollar und im Oktober wurde die Anklage erhoben. Das war dann auch der Moment, wo die Band gesagt hat, so, wir sind jetzt ohne Karl Logen aktiv. Liebe Fans, keine Angst. Weder Tour noch Album stehen in Gefahr. Es geht weiter. Und so wurde 2019 aus der offiziellen Coverband übernommen. Der Gitarrist, hoffentlich fällt mir der Name ein, Evie Martel. Genau. Vielleicht hat Manowar oder sehr wahrscheinlich hatte Manowar bis dato geglaubt, gute Erfahrungen gesammelt zu haben mit der Übernahme von Musikern aus Coverbands. Denn Kastellani, der Schlagzeuger der 2017 in die Band kam, war auch ursprünglich in einer Coverband. Also in einer Manowar-Coverband. Aber die gute Erfahrung hielt wohl nicht lange, denn 2019 kam der ehemalige Schlagzeuger von Hammerfall in die Band, nämlich Anders Johansson. Dazu kommen wir gleich. Karl Logens Anwalt hatte sich folgendermaßen zur Situation geäußert. Sein Klient, also Logen, zeigt sich kooperativ und möchte auch weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten. Weitere Informationen hat er nicht preisgegeben. Auch Logen selbst, wie es dazu gekommen ist, was da dran sein kann oder sonst was, gar nichts. Es kam auch nicht raus, was letztes Jahr im Mai passiert ist. Da hat die Anhörung stattgefunden. Karl Logen musste dann in Gewahrsam, also ins Gefängnis, richterlich angeordnet, bis zum nächsten Termin. Und der nächste Termin stand da auch noch gar nicht fest. Es war nur klar, dass es möglichst zeitnah passiert und es war auch dann ein paar Tage später. Und danach war erstmal nichts zu hören bis letzte Woche Freitag. Da hat Karl Logen nun im Gerichtssaal gestanden. Ja, was mir vorgeworfen wird, ist wahr. Karl Logen hat sich also schuldig bekannt, im Besitz von kinderpornografischem Material zu sein. Ja, vielleicht jetzt nicht aktuell zu sein, sondern sich dieses Material angeeignet zu haben. Und ja, der Skript, in dem die Videos beschrieben wurden, die haben es in sich. Also, was so durchgesickert ist, es geht um Mädchen im Alter von circa vier bis zwölf Jahren, die von nicht identifizierten Männern missbraucht wurden. Es fand auch körperliche Gewalt statt. Unter anderem wurde ein Mädchen gewürgt. Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, um ehrlich zu sein. Ich finde sowas schrecklich, unvorstellbar. Ich kann es mir manchmal gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, um ehrlich zu sein. Es gibt sowas, ich weiß es, ja, die Information ist mir bekannt, dass es sowas gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine. Ja, die Information ist mir bekannt, es gibt das, aber das wirklich so vorzustellen, dass so etwas tatsächlich, da fehlt mir doch die Fähigkeit dazu. Naja, ich glaube, ihr findet das wahrscheinlich genauso schlimm wie ich. Naja, nochmal zurück zu Karl Logen. Es gibt noch kein offizielles Strafmaß, aber es wird sich auf mindestens 25 Jahre belaufen. Und da muss man mal überlegen, Karl Logen kam in die Band, was habe ich gesagt, 94 bis 2018. Der wird vielleicht länger im Gefängnis sitzen, als er bei Manowar die Gitarre gespielt hat. Wenn ihr zu dem Thema was sagen könnt, gerne in den Kommentaren aufschreiben. Manowar bleibt für mich eine großartige Band, die ich gerne höre. Ich habe heute nochmal in meinen Kasten dort reingeguckt. Ich habe tatsächlich nur drei Manowar-Alben. Da geht ja eigentlich noch mehr. Was mich interessiert, ist nämlich die neue EP, die ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angehört habe. Nämlich The Final Battle. Also The Final Battle, so heißt ihre Welttournee. Manowar hat mal in einem Interview gesagt, ey, die nächste Welttournee, das wird unsere letzte Welttournee sein. Und dann wollen wir die Band auflösen. Das war, glaube ich, 2016, haben sie es gesagt. Jetzt ist es 2020 und Manowar äußerte sich nur folgendermaßen. Ja, es war irgendwie ein Missverständnis. Inwieweit Missverständnis? Wollen sie die Band nicht auflösen oder wird das nicht die letzte Welttournee? Naja, das war ein Missverständnis. Wir wollen das Ganze sehr intensiv gestalten, diese Welttournee. Und dazu soll es gleich drei Veröffentlichungen geben. Ein Dreiteiler, nämlich The Final Battle. Wer auf Spotify fleißig geguckt hat oder bei Amazon in den Neuerscheinungen letztes Jahr, The Final Battle 1 ist erschienen. Das hat schon darauf hingedeutet, da kommt jetzt noch mehr. Ja, ja, und es wird The Final Battle 2 und 3 kommen. Drei EPs, die auch schon mit den neuen Schlagzeugern und den neuen Gitarristen aufgenommen wurden. Ja, Freunde, wie seht ihr die Sache? Generell, mal weg von diesem Scheiß-Thema. Manowar. Sollen die sich auflösen? Sollen die weitermachen? Und ist Manowar irgendwie peinlich? Weil manchmal schaue ich mir so diese Bilder an, dann haben sie da irgendwelche komischen Felldinger so um die Hände. Und ja, dann noch irgendwie dieser eingeölten, muskulösen Körper. Schwerter, lange Haare, sonst was. Ist diese Band peinlich oder ist das einfach so kitsch, so trashig, dass man sagen muss, yo, das macht irgendwie Spaß. Also mir macht das irgendwie Spaß, da zuzuschauen, zuzuhören. Ja, 40 Jahre Manowar. Was meint ihr? Zeit aufzuhören oder weiterzumachen? Also ich höre für heute Abend erstmal auf. Ich bin Vic von MedaChemie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.